Hallo und herzlich willkommen zurück zu For The Kings. Erstmal strecken hier, ey. Es wird eine lange Nacht, glaube ich, bis wir hier durch sind. Oha, wieder schon verringert. Kein Magieschutz. Mitte, würde ich sagen, oder? Weil das ist der einzige Magier, glaube ich. Ah doch, der rechte ist auch Magier. Puff, ich geh in die Mitte. Das spielt hart für mich, aber zum Glück habe ich was gekriegt. Hast du was gekriegt? Ja. Hast du was gekriegt? Ja. Zack. Oha, der hat den Widerstand um 10 verringert, ey. Ja, deswegen, wir haben alle 0. 0 Defense, gerade. Denkst du Ginseng hilft dagegen? Nö. Nö. Dann Ginseng rausgeschmissen hier wieder. Tolle Wurst. Ja, ich hätte gern Widerstand gehabt gegen die Magier. Ach, Widerstand. Widerstand ist zwecklos. Auch immer net. Oh, den krieg ich. Ein live. Ja. Oh. Scheiße, hat jemand Ginseng? Ich hab. Ich hab, ja. Warte, das ist mein Kill, oder? Mein Kill, oder? Der kommt nächstes dran. Nein, Finger weg. Nein, Finger weg. Warum nicht? Ey, das ist so schlimm, wenn der uns... Ach so, ja, der kommt dran, töte ihn. Ach was. Was lustig ist, der rechte ist auch ein Magier, gell? Ja, aber der... Aber der braucht man auch perfekt, ne? Beim rechten. Ja. Ja, egal. Fuck. Ui, Fuchs läuft! Ah? Oh. Das ist ja daddy, bitch. Bam! Jetzt kommt noch der Kugelfisch dran. Höööööö. Nein. Der gibt den Kuss. Ey, der Kuss. Schritt! Schritt! Alter. Fuck! Komm, 24 Schaden. Müssen wir aber durch jetzt noch hauen. Äh... Fuchs brauchst du gegen Disziplin? Ja Dann weißt du immer vorher, dass du ein Grid aushaust, gell Fuchs? Wenn du Disziplin vorher lädst Das kommt automatisch Jaja, wenn du Disziplin kriegst, dann weißt du, dass du entweder einen killst oder... Ach so meinst du, ja klar Oh, da geht's hängen Guck mal, der Kräuterjunkie Hab ich wenigstens meinen noch, ey Der Kräuterjunkie Oh, Kiste, mal wieder Kannst du identifizieren, ja Ja, ich kann auch identifizieren Aber aufmachen will ich sie nicht Aber ich glaube, wir können gar nicht vorbeilaufen, oder? Ich kann mal aussetzen Mach mal wieder aussetzen, das würde ich mal sehen Okay, mach mal aussetzen Gut, dass wir jetzt alle wiederholen Ich kann identifizieren, warum kann ich identifizieren Das ist egal Okay, identifizier doch mal Und jetzt? Ja, und jetzt? Ist weg, okay Ja, weiter Ah, cooles Sache Boah, das ist gut, ey Die ist böse Die ist echt böse Oh, Dark Knight Rising Ja, Mann Ich glaube, die Rüstung haben wir freigeschaltet, gell, Fuchs? Ja, die habe ich auch Was denn? Von dir oder was? Die kann es als Loot geben Geil Die haben wir freigeschaltet Aber nur ihr ordnet ich Ja, aber du kannst die hier kaufen, weil du bei mir im Spiel mit drin bist Achso Das ist aber glaube ich fette Tank Rüstung, ne? Zwölf Zwölf Rüstung Ne, da gehe ich nicht drauf Hier, die ist für den Kobold Äh, ich mach hier mal scheiß drauf Der Vogel muss weg Das ist mein, nicht mein Vogel Nicht mein Vogel Nicht mein Vogel Oh, oh Au Mit Blutung Ja, dankeschön Du hast doch ihn senken Fuchs, bring ihn zu Fall Ich ziplin Huah Zack Der Crit Vogel ist richtig knackig Was mach ich denn? Ja Du musst auf den Mittleren, ja Bom Kaum Boah Du musst tot hier Ja Aber jetzt krieg ich wieder einen auf die Füste Hahahaha Toll, ich komm nicht dran Ja, toll Hahaha Nicht nehmen, ich mach Ich mach Kinzing weg Äh, Blutung weg Ne, heil Ne, ich mach die Heilung gar nicht Ja, aber ich muss Kinzing nehmen Ja, das kannst du machen Mach ich nen Abgang Und jetzt mach einen tot Ja, einen, mit 60 live oder was? Aber der hat Schild, ne, ich geh da Ja, genau der Ja, ich mach den Rechtsblatt, mach dir den Bär Wie, ja, ich mach gar nichts Achso, ja Bring ihn zu Fall Ich versuch's, jawohl Oh, genau 20 Ah, jetzt kriegst du wieder eins zurück, du Sack Ist jetzt ein wilder Rache, oder? Ne? Das waren die zwei Gruppenausweisend von mir Ja, genau Ach, Fuchs Magst du mal Damage, war das? Oh, ich glaub, da kommt Oh, jetzt kommt der Boss Oh, jetzt kommt der Boss Oh, guck mal, Langschwert Einhand Einhand, ne Und durchbohrender Angriff, Fuchs Präzisionsstich, das ist ganz wichtig Ja Das ist nice Präzimile An Simon, hat das Schild gerade gewackelt von den Toten? Keine Ahnung Oh, oh Jetzt brumm's ich sie weg Oh, oh Ich weiß, wie hat ein Dietrich? Komm, mach mal Platz hier, jetzt komm ich Ach, ja, Dietrich, guck ihm so Okay, das Ich hab genau aufgepasst, ey Was denn? Dass du Dietrich hast Ja, klar Ach, das waren die, ich pass da Okay, warte mal Verzeih mit schönes Fuchschen auf Ja, das ist der Boss halt, ne? Ja, ich weiß Okay Einer muss drücken Ich bin's nicht Oh, oh Gehen wir mal hier spielen Zack der stirbt der muss weg du mich jetzt erstmal besaufen du bist verwirrt ja aber egal ich mache 100% mehr damage ach so ja das sieht man ach fuchs komm geh mal wieder heilen hier was hat denn der ein schild wenn er es nicht benutzt damit es schön aussieht ach so ich brauche übrigens nein nur mit einem ding habe ich 14 das machen ja ich habe keine heilpflanze aber ich kann dir keine geben da jetzt das schlecht das kann auch keine geben ja vor jason du musst dann den splatten machen ach komm weil es so schön war mit einem schuss jason oh äh oh rüstung erhöht tolle wurst warum blockt der alles sag mal also nicht gescheit triffst du musst über zwölf der mensch machen dann einfach nicht naja ach so er hat zwölf rüstung ja ja na ich probier es komm oje jason immer noch verwirrt böses ding wow wir kriegen wir zergen ihn runter fuchs ganz langsam überleg dir das jetzt mal nur mit ohne magieschaden ne also das wäre halt ein übler feil du jawoll fuchs und deswegen kriegt der gleiche weiter komm oh wer muss jetzt weg naja gut wir kommen viermal dran der überlebt ja dafür habe ich mitgedrungen ja hoi komm noch eine schöne wolke für mich jene juhu nein ich kann nicht ich kann nur sammeln drücken ich kann nur sammeln damit mit den büchern kannst du sachen freischalten oh guck mal hier fuchs da ist da was für dich oh ne fuchs kann nix mehr geklaut werden deswegen hast du denn eine schöne frisur jetzt hier so shoppen joo ja eigentlich hätten wir einen mit der pfeife auf null lassen sollen der zahlt dann bestimmt nur 10 für den gott das bad oder ich weiß es also kommt es auf den instans level an oder auf den heal level ich glaube also insgesamt level glaube ich okay oh äh fuchs guck mal da gibts ein holzturm schild mit 1 rüstung 1 widerstand 2 gruppen rüstung minus 4 kündigkeit betäubungsimmunität beständigkeit und feind verspott das krass hm alter guck dir mal das schwert an der warte 28 körperliche schaden 4 auflagen das ist aber ein 2 hand ja ja aber das sieht geil aus naja was bringt denn beständig ne ahnung vielleicht dass du nicht betäubt werden kannst oder sowas ja das ist ja schon betäubungsimmunität achso äh da hat man keine ahnung hm oh geiles 2 hand schwert ja ja ich sag ja das soundstil ist echt nice und da gibts auch noch äh mrs kittys spezial ja das äh das out the fuck ding ne mhm uuuh minus 10 gold ja ich weiß es nicht ob ich nehmen soll aber ich bin da auch im überlegen weil ich hab nur ein plus einköpplicher schaden halt ja da gibts nen drang 2 dauerhaft auf ausweichen oh wo wo zucker geträgt ne schurken gebrä oh nice ist weg ha das musste her so warte mal verkaufen ich hab mir mal was gegönnt ok jetzt hab ich die fähigkeit kräuterkunde oh nice das heißt ich kann ab und zu kräuter kriegen halt nach dem kampf ok ist halt gut ne für ginseng und so ahja so ich bin jetzt wieder auf bogen umgestiegen du hast nur oh oh gott weiß nicht turmschild ja nein hast es gesehen das holzschild ne da also die drachenpfeife 300 gold ja ähm gottespart schon geholt ja ich hab's dir schon gegeben ah das war schon gar nicht mehr da alles ausverkauft ja noch einen was ich seh den nicht äh der ist ausgegraut wahrscheinlich weil du zu wenig geld hast oder so ne ich will den gar nicht bei mir ist er nicht da keine ahnung ähm ja musst du hoch scrollen vielleicht der ist ganz oben ah ja 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 stimmt brauchst du geld dann kann ich es noch geben äh 3 gold fehlt dann kann ich gottespart ja pass gottespart ist weg gibst du am besten gleich dem fuchs sonst vergessen wir es wieder ja 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 oh Rüstung ja das ist nice dann krieg ich weniger damage ich hab jetzt zwei rote items nice gut ich wäre so weit ich hab jetzt 5 schadensreflektionen aber ich krieg 10% weniger gold ah fuchs macht am meisten damage jetzt gell ja ja krank 29 damage hat er's was siehst du das unten unter deinem Bild die Zahl neben dem Ausweichen die große Zahl unter deinem Bild ah hast du meinen Ausweichen gesehen Jason? ja äh Gruppenheal äh ja oder erzählt hab ich keins ja ja nach Gruppenheal warum hab ich nicht 100% ausweichen ne? das wär doch geil oder? hier so ist es ist es prozent? ich weiß es nicht ja ja das ist prozent das ist prozent das steht dran deswegen jetzt stell dir mal vor du hättest luck und würdest so ein paar mal von diesem von diesem von diesem von diesem da seid ihr einfach tot und ich mach dann einfach durch bis zum Ende oh ja klar weißt du jetzt kommt sowas neat wo ich mir grad einen teuren Bogen gekauft hab komm ich sie's an das hat Blutung und sowas glaub ich drauf das ist so ne gute das ist neat für uns jetzt hab ich wieder ein bisschen prozentual ausweichen weg oh da ist das war der mit der das war keine Shotgun das war der mit der fetten Knache da oh leu oi oi das war der wo ich immer weg weg muss ich probier's ich probier's Mist aber jetzt haben wir auch iiiiih ja oh 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 nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein jeder hat von der Schuppenmütze falls sie das sehen ach so das ist doch meine Mütze die ich aufhabe deswegen coole Mütze von der Schuppenmütze deswegen das brauchen wir sowas ja oh sowas brauchen wir nicht ich bin nur zum tanken da ja 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 dann tank mal aber ja dann stell dich doch nicht nach vorne das nächste Mal musst du in die Mitte oh man oh oh uuff ich hab gedacht er macht sehr weg oh oh jo magie schild guck mal Jason da freust du dich hahaha das ist mir egal ja macht mir den Durchbruch tschüss aber erstmal besäuft er sich das kennen wir ja schon ne ja oh guck mich nicht an toll Fokus erschöpft na super haha bei mir net ich bin geschützt nach Heilung ja ja für euch beide aufjedenfall was gibt's doch nicht ich will hier meinen scheiß Ulti jetzt treffen nein das gibt's doch nicht immer eins das daneben geht oh jetzt kommt der Schütze sag mal was mit meiner Schadensreflexion ich hab einmal 3 und einmal 2 warum kriegen die kein Damage Töne ihn ich geh mal auf Nummer sicher zack verfahrt sich jetzt will er mich wieder haben ahja so jetzt ist's scheiß drauf kommt das hier ja so eine Schockhumilität ist schon nicht schlecht ne ja behalte es bitte drin naja das ist die Artefaktmütze vom ersten Boss Jason immer ausweichen hat die nehm ich immer die lass ich auch immer an also soll ich rum reinschmeißen oder heilst du ich kann heilen aber nachher aber er kommt nicht dran er kommt nicht dran ja ich bin so oder so bam guter außer der stirbt jetzt halt naja egal war zu riskant ja wuhu ist gut wuhu geh mal weiter her wuhu wuhu weiter geht die Luzi Heilung? ja 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 Fuchs Jason braucht mein Ding ist leer ja kann eh keiner von uns nehmen doch Fuchs kannst du nehmen ja ja ich mein jetzt also soll ich das nehmen? ja auf jeden Fall wir haben ja alle schon aber jetzt guck mal wieviel Immunitäten du jetzt hast Fuchs du kannst nicht immun gegen Gif bist du jetzt immun du bist jetzt immun gegen siehst du das? ja deine ganzen durchgeschriebenen Teile an der Seite ganz rechts an deinem Bild da ja ganz rechts an deinem Bild da ja woher hast du da alles wie gut ist guck mal hier jetzt fehlt nur noch dass du sportest ja kann ich echt? aber du bist wie so der Dela oh oh Affe ja der Pulveraffe toll verlangsam ja ja als troff Jason ist wieder hart tot nein warum noch am Leben vergiftet ich weiß zwar nicht warum ich jetzt noch am Leben bin hat man doch mal raus warum ich war ja grad tot aber bin wieder wieder gekommen ja keine Ahnung das Gute ist es sind nur noch zwei Gegner ja toll egal wen ich treffe ja aber egal wen ich treffe ich muss perfekt treffen naja der rechte ist gespottet dann geh ich auf den linken oder was ja ist egal wen ich treffe ich muss perfekt treffen wahrscheinlich dieser scheiß Schneemann Aua und nochmal den Kobold aber ich hätte dir mal den Ginseng geben sollen hättest du hättest ihr ah shit echt jetzt echt jetzt kleiner Drecksack ich hab nichts zum heilen ne Fuchs auch nicht also ich doch ich hab was zum heilen aber ich weiß nicht ob du es jetzt nehmen soll ja ich nehm es am besten ja wuchs ist auch fast im Arsch ich sterb ne es ging alles im Mond ja Michael wir machen mal den linken weg ne aber ich versteck stehst du nicht ich hab 5 Schadensreflexion für wann kriegen die das wenn sie dich angreifen und wenn sie auch treffen wenn sie halt treffen wenn sie halt treffen und wenn du ausweichst dann nicht so wie der zum Beispiel doch jetzt kommt der 3 2 oh shit wow jetzt warst du geschützt ah immun ich geh auch gleich tot hier es gibt so ne ja ist ne man oh oh ah ne das ist gut los oh 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 ah das ist schwer da ah ah oh endlich ist mal einer tot ey komm fauk 6 und 3 ist damage musst du perfekt treffen hm hm jawoll fasst doch ey so warte fuchs fuchs ich geb dir mal mit ansage ne den fein muss oh jawoll oh für den kampf ja ich nehm mit oh nice äh fuchs warte mal jetzt setz dich gleich mal ein ne du bist gleich tot ja warte 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 ich geb dir hier äh warte noch bis ich damage kriege katzt mich ja du hast ein paar ginseng jetzt oh und ich mach mal grob und du machst dein ginseng ja ja gut alles klar leute dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ist schon wieder rum also bis dann ciao tschau tschau tschau